Die Shaping Tide ist wie die gesamte RP Edition mit hochwertigen Materialien und technischen Features ausgestattet. Die auffälligen Farben und Muster im Bund finden sich in vielen Teilen der Kollektion wieder. Das Highlight der RP Shaping Tide ist der komprimierende Effekt. Dieser sorgt für besseren Halt und weniger Muskelvibration. Das Material sitzt nah am Körper, macht aber aufgrund seiner Elastizität jede deiner Bewegungen optimal mit. Beim Laufen ist natürlich auch eine Tasche wichtig, in der du deine wichtigsten Laufutensilien sicher verstauen kannst. Bei dieser Shaping Tide hast du sogar eine ganz sichere Lösung mit Reißverschluss. Dank der Kabelöffnung kannst du deine Musik beim Laufen ganz unbeschwert genießen. Ein kleines Sicherheitsplus sind die verschiedenen Reflektoren, die jederzeit auf dich aufmerksam machen. Diese Hose lässt sich hervorragend mit den anderen Teilen der RP Edition kombinieren. Sie überzeugt durch eine tolle Mischung aus Optik, Tragekomfort und Funktionalität und du bekommst sie natürlich exklusiv in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.